Ja hallo, gestern haben wir über das Elektroauto kurz gesprochen und heute möchte ich irgendwie daran anschließen und euch einen Film empfehlen, der erklärt, was die Reduzierung einer Produktlebensdauer für interessante Effekte bei einer Firma hat. Oder, wie soll ich sagen, also kurz gesagt, je kürzer die Produktlebensdauer eines Produktes ist, desto öfters muss man es kaufen. Und ganz interessant ist es zu sehen am Beispiel der Glühbirne. Hierzu ein Film wieder, den ich euch empfehlen werde. Und der heißt The Lightbulb Conspiracy Pyramids of Waste. Wie immer der Link unten drinnen. Wie ihr seht, jetzt mache ich das Ganze ziemlich unstrukturiert und spontan und was mir gerade einfällt. Und meistens fällt mir vorher viel, viel ein und dann sitze ich davor und weiß nicht, was ich euch erzählen möchte. Ganz interessant wäre es, wenn ihr mir einfach eine Mail schreibt und sagt, ja ok, aber wie lösen wir das Problem? Oder einfach Fragen stellen. Ich würde versuchen darauf einzugehen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.